100 Tage Big Brother. Sexentzug. Hier ist nicht viel passiert. Ich habe schon viel gejammert. Ich bin vielleicht doch ein bisschen näher am Wasser gebaut. Ich habe nicht so einen richtigen Body gefunden. Das ist das, was mich am stolzesten macht. Ich hoffe, dass ich es mir verdient habe. Und Wiedersehen für die Bewohner. Das ist Timmy! Das ist Timmy! Oh mein Gott! Big Brother. Gleich. Und um 22 Uhr das Finale. Live in Sat.1. 05. 7.